Scheiße, das hatte ich mir dann gleich gekonnt. Hast du mir irgendwas zu essen gegeben? Mein Maustür ist mir... Ey, ich... Hendrik, wie schmeckt Desinfektionsmittel? Du musst doch jetzt wissen. Du weißt, dass ich jetzt verrecke an dem Scheiß. Ich hab eh schon kein Blut, ne? Wie war das mit der Axt damals? Alter, du bist so ein Mongo. So ein Müllei. Und das tolle ist, sein Kiel wird nicht ruiniert, weil du den Kiel schießen musst. Ist das Müllei? Du bist der größte Mongo ever. Ey, Alex, ich hab Alex gefragt. Das ist doch Alex-Entscheidung. Ich hab dich gerettet. Ich bin zu dir gekommen, weil du... Geh einfach auf, wie kann ich dich jetzt retten? Ja, noch passiert nichts. Ich brauch jetzt verdammt Antibiotikum und Saline-Bag-IV. War das Antibiotikum? Ja, noch bin ich nicht krank, aber ich werde wahrscheinlich krank. Was hast du mir genau gegeben? Das ist ein Desinfektionsmittel. Das ist ein Desinfektionsmittel. Ich fühl nashes. Ja, ja, ich sick, ich bin sick. Weißt du, das ist noch deutlich schlimmer, als so ne verdammte roten Kiwi oder so. Weißt du? Und du hast ihm ne Axt in den Rücken geschlagen. Ja. Ihr seid... Es war halt versehen, das kann nochmal passieren. Ja, jetzt beweg dich. Komm, wir müssen uns beeilen. Es war doch kurz vor ne Sekunde. Wovor denn? Hast du Antibiotikum, oder? Wenn Saline-Bag-IV. Schau ich ja gerade, Mann. Äh, ich hab aber... Water Purification. Ja, super. Die sind, glaub ich, momentan noch völlig nutzlos. Ich hab Painkillers, aber ich glaub, die bringen dagegen nichts. Ich benutze einfach mal. Aber ich glaub, die bringen nicht viel. Ist du mir leid? Ja, ich hab Vitamine. Doch, was ist das? Water Purification, oder? Das bringt mir auch nichts. Was bringen überhaupt Vitamine in dem Kackspiel? Keine Ahnung. Toll gemacht, Alex. Wieso? Du hast Henrik getötet. Noch nicht. Er lebt doch noch. Ja. Aber ich bin krank. Und ich hab kein Blut. Wenn ich anfange, Blut zu verlieren mit einer Krankheit, bin ich ziemlich schnell matt. Du musst dich ein bisschen mehr umgucken. Mir ist immer noch alles schwarz-weiß, weil ich komputer. Bist du hier in dem anderen Tower-Ding drin? Ja, ich bin in dem anderen Tower. Okay, dann kannst du das... Will ich den Defibrillator wegschmeißen hier? Ja, ich glaub, der ist immer noch bug. Ich wollt hier mal was ausprobieren. Was ist denn? Willst du noch mehr? Ja. Das ist ein witziges Zeug. Zu geil. Helft mal auf, Karl. Malin, soll ich ihm was zu essen? Du könntest, jetzt hab ich Standbild hier im Tower. Ridiculous run machen. You are dead. Was ist das? Was? Ich bin tot. Wieso? Ich bin einfach tot. Keine Ahnung, ich hatte Standbild und bin tot. Naja, dann kann Henrik jetzt auch sterben. Wie? Damit ist euer Gehirn weg. Ich hab aber nicht schießen gehört, oder? Nein, ich hatte Stand und war auf einmal Standteil ich bin tot. Ich hab jetzt mal Disconnect und Connected wieder. Ich guck, ob ich... Was das war? Ich bin tot. Instant Karma. Ja, Instant Karma. Karma-Armer. Ja, ich bin tot. Alles weg. Hammer. Und mein... Tolle Anzeige von Sick ist auch schon auf Rot. Und ich komms grad und sterb gleich weg. Hier ist ein anderer Spieler, Mann. Bei mir. Wo warst du? In dem anderen Tower. Die Treppe grad hoch. Okay. Ich und der andere Spieler hauen uns ger... Standbild dann einfach tot. Das kenn ich aber auch nicht. Hä? Das kenn ich aber auch nicht. Standbild dann einfach tot. Du hast dein... Dings weggeworfen, oder? Mein First Aid. Äh, mein Defibrillator. Da war ich grad am Wegschmissen... Weggeschmissen. Standbild tot. Ja, aber hier ist noch keiner. Ja, es war Standbild tot, Buck. Keine Ahnung. Der Standbild tot, Buck. Sehr gut. Toll ist, wenn Henne gibt's, der stirbt, ist euer ganzes Gehe weg. Ja. Sehr gut. Der, der geht mir auf den Sack grad mit seinem Standbild tot. Hahaha. Jungs, das war der Affe. Wie war das kleine, sündend? Wieso kleine Sünden? Er hat auch mal eine kleine Sünde. Und hier ist ein Aycock-Visier oben auf dem Turm. Also war es keine Sünde bei mir, bei mir war es ein Versehen. Es ist ein Unterschied. Ja, meins war auch ein Versehen. Warum bin ich denn jetzt einfach tot? Weiß ich nicht. Ich kenn den... Einziges, was ich kenn, wenn man durch die Wand glitscht oder so, aber nur Standbild und einfach tot? Keine Ahnung, noch nie gehört. Du hast ja auch genug Arma gespielt. Die Bugs, wo man stirbt, kennst du. Jetzt... Jetzt hast du vom Standbild... Einfach Dope-Bug gehört. Wie Spaß. Und übrigens, ich hab mich grad mit jemandem auf der Straße geprügelt, hab ihn in den Nacken gehauen und auf einmal ist er umgekippt und aufgegangen. Und by the way, wenn du einmal... wenn du keine Waffe hast, dann einmal schlägst und dann sofort anfängst zu rennen, dann rennst du deutlich schneller. Was nochmal? Nichts in der Hand haben, punchen, also dass du schlägst und dann sofort Doppel-W losrennen. Dann rennst du deutlich schneller. Wie schnell die rennt. Aber dann kommt da einmal unterdrink. Ja. Das willst du sowieso schon. Du spawnst, dann willst du. Was ist das? N-86-Competor? Das kenn ich ja gar nicht. Das Ding hatte ich gerade an meine Waffe geschraubt, Mann. Das geht bei mir nicht dran. Doch, wir müssen einen A-Cop tauschen. Ah, das ist ein Rotpunkt-Visier. Ja, so was hatte ich dann super. Bei mir ist es ein Schwarz-Weiß-Visier. Das ist so verarschend. Wieso bin ich denn da? Ich bin ein Aschgepoppel. Ich bin ein Arschgepoppel, da kann ich dir helfen. Ich komme kurz nach Arschgepoppel. Oh man, ey. 4 EP, 4 EP, 4, Robbock! Was? Viermann, oder? Ja, musste selber grad gucken. Tab raus oder frag Alix. Warte ich kann da gucken. Was war das? 4, wirklich eine richtige 4? Oder was? 4, 4 EP, Robbock! Ja. Vier Epo-ro-p-k. Das ist Tscherno. Vier Epo-ro-p-k. Siehst du wohl, ob du an der großen Stadt bist, oder nicht? Ja. Und Tiz? Woher soll ich wissen, dass das dann Tscherno ist? Es gibt im Grunde nur eine große. Ach, das weiß ich, weil ich habe so viel diese Map gespielt. Ja, stimmt. Ja, tut mir leid, das vergesse ich immer wieder. Ich denke, du kennst dich mit Daisy aus. Vor allen Dingen stehe ich hier an zwei Häusern. Das hier ist keine große Stadt, wo ich bin. Das ist dahinter, den zwei Häusern. Dann kommt eine große Stadt. Ja, hier kannst du sein, dass du beim Eingang bist. Ich weiß es so nicht. Was ist da? Take paper, bitte. Es ist alles so schwarz-weiß. Ich feige euch im Momentum. Das ist Vosfieh, ey. Why? Das ist why. Das weißt du, bist seit Bamba. Vosfieh, und dann aufgeht der Wal-Banane. Dann kannst du auch den Naruto-Run machen, wenn du dich nach vorne lehnst. Und dann mit Alt kannst du dich sogar hinter dir umschauen. Was? Ja, du musst Punch-Run machen. Dann tust du Maus auf den Boden, dass du auf den Boden guckst. Und dann kannst du mit Alt wieder dich wieder umgucken. Weißt du, dann rennst du wie in den Animes, dass die so ganz nach vorne gebeugt sind. Ja, man, nicht so mehr. Naruto-Run. Und du kannst halt, das coole ist, du kannst halt hinter dich dann gucken. Oh, ich bin ohnmächtig. Wer hätte das gedacht? I have a funny taste in my mouth. So geil, Lukas. Ja, dann kannst du. Das ist lustig. Wieso sagt er denn, I have a funny taste in my mouth? Ich sei froh, Lukas, ganz am Anfang, hat er gesagt, I have a funny taste in your mouth. Das war halt. Äh, noch besser. Ach, soll ich Handstellen gehabt? Handstellen wären richtig gut gewesen. Hätte ich gehabt, ja, scheiße. Dann hättest du ihn erstmal so gefestert und er so, was ist denn hier los? Und dann hättest du ihn, dann hättest du ihn vor seinen Augen füttern müssen, und dann hättest du weggezogen. Viel Spaß mit deinem funny taste. Wie das so lustig. Funny taste? What the fuck? Ich hab letztens jemand aufwachen gesehen. Ich weiß nicht, ob es immer noch bugged ist. Die Ohnmacht. Ich warte kurz. Nee, muss ich halt reslohen. Damn nice. Endgier. Das hast du mit Absicht gemacht, damit wir wieder voll looten können, weil wir eigentlich schon alles hatten, oder? Gib's zu. Ja. Alex, come on. Jetzt können wir zu dritt looten. Oh, man. Sagen, du weißt. Ja, weißt du, wo ich rausgekommen bin nach dem Einbruch? Na? Dann lass es doch einmal ausgeraten. Na? Mit einem neuen Charakter. Warum? Ja, weil der tot war! Das ist die geilste Sache, ey, weil Daisy, ey. Wo sind wir auch immer schon? Weißt du, ich werde dauernd erschossen. Ihr bringt euch gegenseitig um. Ja, da ist noch einmal was. Ey, ey. Wenn du noch einmal mich umachstest. Das war fucking ausgesehen. Das kannst du in der Aufnahme sehen, dann. Ich hab da den Zombie tot geaxtet, dann hab ich ausgesehen nochmal geaxtet und du bist dann da voll reingemacht. Wenn du mich noch einmal umachstest, gibt's wieder die Infektionsriege. Ja, kannst du gerne mir versuchen zu geben, weil es wird nicht nochmal passieren, weil Alex hab ich auch. Ich hab Alex in 170 Daisy-Folgen nicht einmal getötet. Das stimmt. Und er hat mich auch nicht einmal getötet. Du hast mich schonmal getötet, Henrik. Irgendwas war schonmal in Daisy. Ohne Witz, irgendwas. Doch, 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 doch. Aber, Henrik, ich hab einmal... Also, ich hab mal den Helikopter auf den Baum gesetzt und hab uns damit alle getötet. Ja, sowas. Aber da wart ihr auch ein bisschen mit Schuld da. Wer muss freiwillig reingesetzt haben? Ich hab einmal doch ganz knapp an deinem Kopf vorbeigeschossen, irgendwie irgendwas, wenn ich mich erinnere, irgendeinem Zombie oder so. Das war auch recht knapp. Ja, hier ist zwei Loot drin. Der weiß noch, wie wir in Taviana in der Farm auswahl, wenn ich mir die Beine gebrochen habe. Oh, Gott. Ich dann ja eine Stunde lang auf diesem Berg zu Meli gekrabbelt bin, sodass da ein Morphin war. Ich hab ewig Morphin für dich gesucht. Und dann bist du gestorben. Und ich saß da mit der DMR in Walde. Ohne Monitur. Ey, mein Scharläufe, nur noch, wie mache ich das weg? Weiß ja, nicht. Double-Tap-Wäh. Ja, ich hab alles... Die ganze Toggle-Kacke. Das ist das ganze Arma-Toggle-Kacke, hab ich alles an-entbindet. Was ist das denn? Lungs, go badly, damage. Ich laufe nur noch, wie macht man das? Äh, Double-Shift, Double-Rechts-Klick-Shift, irgendwie sowas. Ja, Double-Rechts-Klick. Das würde ich alles entbinden, denn spielt sich Arma gleich viel angenehmer. Ich hab ne Käppi gewonnen, Ende. Das ist aber was gut. Ja, ich find hier grad so Attachments. Das ist aber auch normal in den Zelten. Du bist schon bei Englischem Zelt? Ja, Ballotter, da sind halt diese ganzen Military-Zeug. Wo willst du jetzt eigentlich genau, wo willst du hinkommen? Kommst du zu mir, dann geh mir wieder über Zellno. Weil Cerno und Elektro, der Loot des Kackes, lohnt sich nicht. Das ist deutsch. Das merk ich auch grad, das ist hier sich nicht nur... Scheiß. Flashlight kann weg. Cerno lohnt sich vielleicht noch... Oh Gott, ich hab schon wieder so einen Rotpunkt, wie sie mit... Ich nenne das auch immer noch. Hat eh nichts Besseres. Wann lohnt sich Cerno? Cerno lohnt sich vielleicht noch so ein bisschen, weil du in der Stadt halt viele Lootmöglichkeiten hast, aber Elektro finde ich irgendwie sehr schlecht geworden. Du weißt, hier sind viele Türen schon... Oh. Naja, naja. Ist der auch schon etwas länger... Nicht böse, wie's dann? Ich geh jetzt an die Feuerwache. Du meintest auch irgendwas mit der Feuerwache, Let's Book. Ja, ganz, ganz oben auf dem Turm. Da liegen ganz offen... Oh, ich werd' angeschossen, ey. ...Pistolen, äh, Munition. Ja, ich wurde angeschossen, ich blute. Ja, dann stürzt dich sonst von der Feuerwache und hofft, dass du besser spielst. Ja, aber ich glaub' ich glaub' jetzt in die Feuerwache und guck' überhaupt, was da war. Du brauch' auch ziemlich viel Skill-Leute ohne irgendein Gear-Fresh-Spawns abzuschießen. Vor allem hat er's ja nicht mehr geschafft. Ich hab' nur kurz ein bisschen Blut verloren. Und ich hab' zwei Schüsse, ich hab' nur einen abbekommen. Das ist ne Pistole, oder was? Ich weiß ihn nicht, ich kenn' die Sounds in der Zee nicht so gut, dass ich das jetzt sagen könnte. Tu mir da ein. Ja, schon okay. Tu mir da ein. Ich will Schuhe. Rock'n'Kiwi? Ja. Den nehm' ich mit. Manchmal will ich dich damit füttern. Fick dich? Nicht dich. Du bist ja mein Freund. Warum sollte ich meine Freunde damit füttern? Das war' ich mir auch. Blut und Blut und Blut, ey. Ich hab' mir die doch zugemacht. Ähm, oder da war ich drin? Da war ich auch mal der ganzen Welt. Da war ich drin. Da war ich drin.